Hallo, Borussia-Fans! Wir haben heiße Neuigkeiten. Unser lieber Roland Wirkus, derjenige, der die Zügel unseres Borussia in der Hand hält, wird sein Debüt bei Doppelpass auf Sport 1 geben. Schau mal, Wirkus ist der Mann, der seit 18 Monaten in vorderster Front steht und sich mit Transfer- und sogar Trainerwechseln beschäftigt. Und jetzt wird er seine Meinungen über unser Team im Fernsehen teilen, in der Fußball-Diskussionssendung Doppelpass, am kommenden Sonntag, 20. August. Um 11 Uhr morgens wird es eine Diskussionsrunde geben und am Tag nach dem Spiel gegen Augsburg, 18. August, 15 Uhr und 30 Minuten, wird er die Fragen des Moderators Florian König beantworten. Erinnerst du dich an das Versprechen, das er im Februar abgegeben hat? Nach dem Sieg gegen Bayern München versicherte er dem Moderator, dass er in einer Ausgabe von Doppelpass auftreten würde. Und jetzt, nachdem wir gegen Augsburg gespielt haben, hält er sein Wort. Es ist ein Debüt, das die Fans nicht verpassen sollten. Und das Beste ist, dass er nicht allein sein wird, denn der große Stefan Effenberg wird ebenfalls als Experte dabei sein. Außerdem werden viele andere Gäste die Diskussion über Fußball beleben. Das ist unsere Chance, unseren Manager in Aktion zu sehen, seine Ansichten und Meinungen über unseren geliebten Borussia zu teilen. Also, schalten wir den Fernseher ein, markieren wir uns den Termin im Kalender und unterstützen unseren Verein in diesem weiteren aufregenden Moment. Und du, Fenn, was erwartest du von diesem Doppelpass mit Virkus? Lass uns zusammen hoffen und diesen TV-Auftritt verfolgen. Teile uns in den Kommentaren mit, was du von diesem Gespräch erwartest. We Firmen Teile uns liest